Also möglich ist es, aber ich denke, das Risiko ist eher klein. Boah, dass man jetzt sofort da die Sicherheit hochfährt, weil da einer in Amerika am Haupt gelaufen ist. In Kinos jetzt auch schon die Sicherheit hochfahren, da halte ich für überflüssig. Ich glaube nicht, ich glaube, das war eine Ausnahme. Nee, also ich denke, es ist jetzt einmal ein Sonderfall gewesen. Man weiß halt nicht, was in den Menschen vorgeht, aber dass man das jetzt grundsätzlich überall so verstärken sollte. Spätze zu viel! Weiß nicht, ob das Sinn macht. Also bei uns in Deutschland auf keinen Fall. Ja, also wenn ich da wegen jedem mal gleich Angst hatte, dann durfte ich ja gar nichts mehr machen.